Ja, hi Leute, was hat denn dieser Sonder-Pagani von 99 jetzt mit einer Richard Mille zu tun, denkt ihr euch? Nun, das seht ihr gleich. Hi Leute, mein Name ist Alan, das ist Infusius for Life und willkommen auf meinem Kanal. Hier ist sie, die RM028, in der simplesten Ausführung, die ihr jetzt sehen könnt. Es gibt noch Turbillons und Kronos, aber hier ist das einfachste Modell, das ich in die Finger kriegen konnte für euch. Und naja, mit 79.000 Euro gar nicht mal so schlecht, was ich mich da für euch aus dem Fenster gelehnt habe. Und ey Leute, nicht zu vergessen, Juwelier Grace macht es möglich, dass wir hier alle zusammen dieses coole Meisterwerk uns anschauen können, das fast 80.000 Euro kostet. Mein lieber Scholli, an dieser Stelle besten Dank, Ruben, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und ihr bleibt gespannt. Wir sprechen hier von einem ultra aufwendig gefrästen Gehäuse einer Uhr, von über 200 Fertigungsdurchgängen, um die Uhr so darstellen zu können, wie ihr sie seht. Es gibt zwölf bestimmte Torx-Schrauben, die hier alles irgendwie zusammenhalten, um eine Wasserdichtigkeit von 300 Meter zu erreichen. Eine Gehäusehöhe von 14,7 Millimeter, also fast 15 Millimeter. Einen Gehäusedurchmesser hat diese Wuchtbrumme von 47 Millimeter, aber unter uns leicht, extrem leicht. Das hat halt eben die Eigenschaft Titan an sich, dass sie extrem leicht ist, aber sehr gut verarbeitbar. Und da hat Richard Mill schon die richtige Entscheidung getroffen. Perfekt ausgelegte Zeiger, sodass du sie echt überall sehen kannst. Das Datum, das du jetzt hier siehst, ist dreidimensional angesetzt, weil mehrere Saphir-Glaslagen übereinander liegen. Und natürlich ist das Uhrwerk skelettiert, dass man auch direkt über das Ziffernblatt direkt reinschauen kann, eine Wonne überhaupt, das mit anzusehen. Die zwei Drücker, die ihr da oben, oben und unten auf 6 und 12 Uhr seht, wenn ihr die drückt, habt ihr die Möglichkeit, dann die Basel natürlich unidirektional in eine Richtung zu bewegen. Was dann halt schon der Indikator ist dafür, dass es sich hier um eine Taucheruhr handelt. Falls ich das nicht erwähnt haben soll, also hier, das ist jetzt diese Wuchtbrumme, die extrem leicht ist, ist die Taucheruhr von Richard Mill. Man fragt sich bestimmt, wer braucht denn sowas? Wer will denn so eine Taucheruhr haben? Wir haben doch viel renommiertere Marken im Taucher-Business, aber Leute, hier geht es um das technische Verständnis, weil Richard Mill hat selber gesagt, das ist das Rennauto für das Handgelenk. Das heißt, so viel Informationsmaterial aus dem Formel-1-Sport hat er versucht, so umzusetzen, dass ein echter Uhrenliebhaber hier tatsächlich auf seine Kosten kommt. Ein exklusives Teil und das par excellence. Wenn wir dieses wunderschön skelettierte Uhrwerk mal anschauen, fällt uns sofort dieser sehr, sehr technisch anmutende Rotor auf. Und zwar heißt das nichts anderes, als dass dieser einstellbar ist auf das Trageverhalten des Users, des Besitzers. Je nachdem, ob du halt viel oder wenig in Bewegung bist, können diese Inertia-Komponenten so eingestellt werden, dass sich der Rotor entweder mehr oder halt eben auch weniger dreht. Wie ausgeklügelt dieser Rotor auch ist, es ist nicht nur dabei zu belassen, denn Richard Mill hat hier auch natürlich 5-gradige Titanium-Komponenten im Uhrwerk verewigt. Die Brücken beispielsweise sind aus diesem 5-gradigen Titanium-Stahl und natürlich sollte man nicht außer Acht lassen, dass wir hier eine 55-stündige Power Reserve haben, sprich eine 55-stündige Gangreserve. Richard Mill ist nicht nur ein Klumpen, Richard Mill ist die Summe der Teile und schaut euch bitte mal einfach dieses wunderschöne Kunstwerk an Uhr an. Es ist zugegebenermaßen eines meiner Lieblingsuhren, meine Grailwatch. Eines Tages, Freunde, eines Tages, aber bis dahin ist noch lang, ne? Ich bin jetzt knapp über 40 und jetzt hab ich doch noch ein bisschen was vor in meinem Leben und irgendwann mal wird es dann diese Uhr, definitiv. Und für jeden, der auch ein Riesenfan dieser Reihe speziell ist, kann ich nur sagen, ich hatte sie in der Hand. Leute, es ist wirklich ein Traum, diese Uhr in der Hand und auch natürlich am Handgelenk tragen zu dürfen. Du fühlst sie nicht, sie ist einfach nur präsent, wunderschön. Und ich wette, ihr könnt sie ganz locker casual tragen, aber auch im Business-Stil. Nur da brauchst du halt ein bisschen mehr Mut. Nun, der direkte Vergleich auf meinem Handgelenk. 180 Millimeter Mistes hat hier natürlich seine Auswirkung und zwar die einzigste, dass diese Uhr absolut komfortabel ist. Diese Lacks schmiegen sich außen so perfekt in das Rubberstrap hinein, dass du einfach nur Komfort fühlst. Wenn du noch nie Komfort gefühlt hast, dann setze ich in der S-Klasse, fahr mal ein bisschen durch Raststadt. Dann fühlst du, wie sich Komfort sich anfühlt und genauso ist es mit dieser Richard Mill, die hier knapp 80.000 Euro kostet. Ein absolutes Bombenteil, Leute. Hier nochmal zum Vergleich mit meiner AP, dass ihr mal seht, was für eine Wuchtbrumme das ist. Die aber, und jetzt mal unter uns gesagt, komfortabler war als meine AP. Ja, Tatsache, ich musste bei meiner AP Modifikationen vornehmen, unten an der Schließe, dass die mir nicht so ins Handgelenk beißt. Und ja, es spricht ja schon von sich aus, wenn du 47 Millimeter hast. Und das Ding so extrem komfortabel ist. In diesem Sinne, an alle gegen den Stromschwimmer, an alle Hater Neckbreaker, Leute, ihr braucht diese Uhr. Und glaubt mir, es war mir eine Freude, ein Vergnügen, diese Uhr für euch reviewen zu dürfen. Ach, eines Tages, ne? In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, haut auf den Like-Button, subscribe und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.